Phelps seine Adventures, sie machen viele Sachen. Phelps löst jeden Fall und ist für jeden Spaß zu haben. Kein Gangster ist zu krass, denn Phelps macht alle nass. Und mit so nem guten Partner ist Phelps echt voll unschlagbar. Heyo Phelps, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen zur Autopsie da unten, das hab ich jetzt schon dreimal gesagt. Und ich kenn hier ne Abkürzung. Ha Phelps, du bist so schlau, du hast immer die besten Ideen. Ja, hier bin ich schon mehrmals lang gefahren. Einfach hier runter. Wow, 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 Phelps. Pass mal auf, yo. Oh, oh, oh. Verdammt. Das war geplant, ja. Hey Phelps. Ja. Was machen wir denn jetzt? Lenken. Scheiße, Phelps. Wir stecken fest. Keine Sorge. Ich hab das in der Kontrolle. Gas geben. Den Gang kommen lassen. Sekunde, ich hab das gleich. Verdammt. Oh, oh, ich glaub ich hab's. Warte, warte jetzt. Na, na. Genau, das war... Oh ne, das war die Sirene. Hey Phelps. Phelps. Weißt du nicht, wir sollten aussteigen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir das tun. Keine Sorge, das krieg ich hin. Ich hab schon öfters gemacht. Aber das Schild, das war da vorher noch nie. Verdammt, schon wieder die Sirene. Hilft auch nicht. Ähm. Ich werd mir was überlegen. Keine Sorge. Okay, wir steigen hier fest. Steigen wir erstmal aus. Hast du noch ne Idee? Guck mal, das steckt da aber ganz schön doof fest, ne? Ich hol uns ein neues Auto und dann hol ich uns da raus. Hallo, Kabel 1, mein Revier. Kann ich mal bitte Ihr Auto haben? Dankeschön, Sie sind im Fernsehen. Boah Phelps, seitdem wir zum Polizisten geworden sind letzte Woche, ist echt alles cool geworden. Keine Sorge. Ich hol das hier raus. Schade. Nochmal. Ich versuch das lieber anders. Ich fahr mal lieber anders rum und hol das mal da raus. Weißt du, das ist die beste Idee, Phelps? Soll ich mich lieber, wen zur Hilfe rufen? Verdammt nochmal. Das ist Phelps Adventures. Und nicht Phelps, brauch Hilfe. Guck mal, Bukowski. So schwer ist das echt nicht. Wir holen das hier einfach raus. Oh man, du hast immer die besten Ideen. Oh. Wir haben uns einfach aus dem Auto gebeamt. Hallo. Kabel 1, mein Revier, bla bla bla, darf Ihr Auto haben. Dankeschön. Kriegen's auch wieder. Genau, Polizei. Anscheinend schon, Mensch. Okay, Bukowski. Ich hab noch ne andere Möglichkeit. Also, weißt du nicht... Oh mein Gott, du hast... Du hast die Bank kaputt gemacht. Du hast eine Bank kaputt gemacht. Eine Bank. Pst, alles schlimm. Weißt du nicht... Weißt du nicht wirklich, wir sollten... Vielleicht doch... Hilfe holen? Bukowski. Bukowski. Zum letzten Mal. Das ist ja nicht mein Ding, yo. Denk doch mal nach. Wir holen das einfach von oben wieder raus. Wir sind von oben rein, wir gehen von oben raus. Das ist doch das Sinnvollste. Okay, warte mal kurz. Ich muss mir einmal drehen. Oh fuck. Okay, vielleicht wenn du meinst... Du bist mein Vorgesetzter, ne? Ja, das bin ich. Du Matschbärne. Okay. Wir machen das einfach genauso wie eben. Fahren wir hier wieder raus. Oh mein Gott, ein Baum. Ein Baum. Oh mein Gott. Das ist Umweltschänder. Oh, wir haben verkackt. Oh, scheiße. Wieder raus. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste. Und jetzt? Was meint ihr jetzt? Also, ich muss sagen... Das macht mich jetzt ein bisschen aggressiv, dass mein Auto da feststeckt. Hast du noch ne Idee, Bukowski? Naja. Das willst du dann nicht hören, aber... Er kann immer nach Hilfe rufen. Jim, das wollte ich nicht hören. Ich geh lieber wie ein anderer Impeln. Geh aus mir. Geh mir aus dem Weg. Geh mir nochmal aus dem Weg. Geh mir nochmal aus dem Weg. Da, mir siehst du auf den Boden. Siehst du? So lass ich meine Aggressionen aus, Bukowski. So geht das. So kriegen wir auch das Auto da raus. Nicht wirklich, oder? Nein, nicht wirklich. Wir haben verkackt, Bukowski. Ja.